Jetzt, das ging. Geil. Letztes war schon so Bauernhof, da musste sich alles niederbrennen, das war auch geil. Achso. Hat Spaß gemacht. Ja. Ich musste aber auch mal auf dem Bauernhof, da musste ich davon ab halt das Schweine zu klauen. Ja und Bauern töten musstest du und alles. War geil. Die werden's ja gar nicht. Die können so schön Punkte machen. So, jetzt ist es soweit. Sind wir eigentlich blau, ja? Da ist der Meister. Blau ist geil. Ja. Das war green. Mir traut nicht so irgendwie. Weiß nicht. Wiss nicht. Aber! Trottel schlagen nicht wieder zusammen. Die eigenen Leute, von den eigenen Leuten zu Klump gehabt. Im Feuer und in Flamme. Da ist die Rheine. Wo ist das? Oh Gott, haben wir Gang erhöht. Harald. Oh, hier kommen sie. Oh meinst du diese Nuller Fing? Oh, ich bin tot. Mit ner Schaufel erschlagen. Mit ner Schaufel? Saarber aus wie so ein Raketenwerfer irgendwie. ich komme in den schädel runter mein mail bereitet übelst vor und kommen da wo wollt ihr hin ihr arschlöcher heilung erhält mutiger alles er hat auch schaden kriegt warum tun wir die hier weil ich habe mich noch mal leben ich habe mich noch hoch das sind die vierten klatschen vielleicht einmal unterschauen der schweine priester Manchmal geht halt ein Mäht mit drauf. Die Person finde ich bald besser. Der trifft sich besser. Was? Fürst Börsen? Ja. Das geht. Man muss sich dran gewöhnen, aber es geht. Okay. Ich habe so das Gefühl, wenn man... ...dann die Person, da halten wir manchmal daneben. Man denkt, man ist dran, aber ist gar nicht dran. Ja, kann schon sein, ja. Nein, ja. Oh, wow, 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 wow. Ja. Brauchst aber auch nicht. Wenn du den Gegner siehst, reicht das. Dann kannst du schön... ...auswürden. Boxen, boxen. Ja, scheiß. Bauern macht mal mit hier. Hilfe, Hilfe, ich werde. Blöder Bauer, jetzt zeigt er seinen wahren Charakter. Habt ihr das gehört? Nein. Level 8, der hat's schön in den gekriegt. Oh, alle an dem... Oh, haben die mich zerfetzt. Mann. Ist das hier der Hofnarrer, Junge? Oh, jetzt haben wir den schön kalt gemacht. Ah, Play, da warst du ja. Geil. Ah. Heilig. Da hat gelacht. Da los, der Vogenschütze. Hier hinten, der Vogenschütze hier. Los, den holen wir uns. Oh, oh, sorry. Oh, hier ist nur einer der Axt, alter. Was macht der? Boah, hat ihn in die Beene gehackt, der Lappen. Oh, alter. Der hat immer nach unten los. Hä? Und schon wieder kam der andere Idiot, der mich schon tausendmal getötet hat. Der musste auch erst mal so schnell begreifen. Alter, das bin ich doch... Boah, das ist gar nicht. Ist das einer von uns? Aber manchmal sind die rot. Rot Blut. Ja. Und dann denkst du, das ist ein Gegner. Mhm. Ist ja eine Heißrüstung, der Wichser. Ich denke, das war einer von uns. War keiner. Da ist denn sie. Komm, hol dir. Komm. Ja, noch eine. Noch. In die Beene rein. Nein, er hat mich zerruppt. Er, Diablo. Er. Warum nicht sie? Weiss ich nicht. Er, Diablo, Junge. Ich muss immer nach unten schlagen schön. So, den habe ich hier noch. Geil gemacht. Ach. Ach so. Da liegt er. Ein dreckter Hund. Nein. Sorry, Kumpel. Teammate. Ich heile euch. Zum Dank dafür. Den habe ich schön. Den habe ich schön. Oh, den habe ich enthauptet, Junge. Was? Kriege ich ja schon mal noch ein Team-Match ein. Oh, ich habe mich zusammengeknüppelt, zu zweit. Ich sehe nichts. Wegkriechen, wegkriechen. Ja, ich sehe es ja. Nein! Der ist doch alles. Unser Gold-Clown, Junge. Das können sie nicht kriegen. Wir haben es doch schon fast. Ne. Das werden wir verhindern. Nein! Das war ein Nade. Ach, Mann. Wir haben den Arsch getreten. Verteidige das Gold, Junge. L-Diablo. Nee, R-Diablo. R-Diablo, Junge. R-Diablo, Junge. R-Diablo, Junge. R-Diablo, Junge. Mein Mütter-Wichser. Du tritt. Können sie es. Ja, es ist halt so. Passiert bei uns ja auch. Ja. Unsere Dicks. Wenn du mal kämpfst, da kommen keine Zwecke. Die helfen dir. Ich habe nur das Gefühl, ich kämpfe alle hin. Ich will nicht mit dir. Mann. So, weg. Totgeschlitzt. Mann, bin ich zu doof, oder was? Was war mit dem anderen, Alter? Das sah so aus, als würde er Ostereier suchen. Nein, mein Team-Mate. Alter. Alter. Beruhige dich. Wo kommen sie? Kommt, ich will euch was auf den Wands schmeißen. Wenn ihr die Tür nicht freiwillig öffnet, dann werden wir dieses Schloss mit Gewalt nehmen. Hier ist er. Fass. Kann man das Ding ja irgendwie wegmachen? Da ist nochmal fast für dich. Hier. Den schmeißen wir doch blau. Hier hinten. Hier hinten sind wir Fasser. Ach dort sind die roten. Da ist der mit dem großen Schwert. Da kommt gleich er hoch. Ja! Dürfen wir raufkommen in Betracht. Auf gar keinen Fall, ihr schwulen Engländer. Alter, den hab ich voll mit dem Fass. Scheiße, ich bin aus... Der liegt doch zerschmettert. Lass mich doch mal durch, du Lappen. Mensch, steht doch nicht im Weg. Du willst des dummen Kunden hier. Oh. Alter. Das war ja nur eine Frage der Zeit, Junge. Meine Waffe, mein Arm ist weg, Alter. Jetzt schmalzt gewichster Rittersmann. Gibt's kein Pardon. Oh, das ist nur ein Kratzer. Ein Kratzer? Euer Arm ist ab. Wisst ihr nicht? Kann nichts mehr tragen? Ne. Hab ich letztens genauso. Was mach ich nicht? Hab ich auch da. Boxen. Mütterling. Kann ich nicht eine Zweitwaffe nehmen? Ich kann nichts mehr machen. Ich sterbe hier nur noch. Ach so. Mit meiner letzten Aktion habe ich auch noch meinen Kumpel eins in die Fresse gehauen. Oh, ich hatte mir ihn nicht gegeben. Oh, wie. Schlapper, sapper. Hab ich über den Haufen geschossen. Ey. Das passt doch gut. Dein Zwischersmittler. Ach so, das war einer von uns. Ey, das ist scheiße. Wenn die bluten, siehst du das gar nicht mehr so richtig. Ne. Da ist alles rot, ja. So. Oh. Dieben schaden. Das war doch auch. Oh, sorry. Ist klar. Ich hab ja nur geblockt, Junge. Er schlägt an mir vorbei und zerfetzt mich. Hier unten, der blonde Schönling. Der muss weg. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Alter, von mir liegt nicht mehr viel da. Ey, was bin ich denn jetzt? Ein Bauer oder was ist denn das für ein Dreck? Ist mir neu, dass wir einen König haben. Ich dachte, wir wären ein autonomes Kollektiv. Hör auf, dir was vorzumachen, Genossin. Wir leben in einer Diktatur. Wieso bin ich ein Drecks Bauer? Sag mal. Boah. Bist du auch ein Bauer? Ja. Eine Traube hier. Hä, wieso sind wir... Ich bin nicht in einem Bauer. Was? Du bist ein Bauer? Ja. Geil. Hi, schau doch. Mit der Heugabel. Wieso das denn, Alter? Was ist denn das für ein Scheiß? Hä? Wo bin ich denn jetzt? Darf ich überhaupt nicht mehr mitspielen oder was? Von da unten war einer zusammengeklatscht, Junge. Rechts, links. Ah, jetzt bin ich hier. Dreh rum, Bub. Wie schützt du die Soldaten? Okay. Dann lass mich doch mal rin. Was ist denn nun hier? Ach, was willst du mit der Mistgabel, Alter? Boah, hier. Fuck, hab ich eine gekriegt. Dem habe ich eine mit der Schaufel gegeben. Ey, den habe ich zwar noch mit der Schaufel totgeschlagen. Ach so, die machen gar nichts mehr. Boah, ich schläge mich ein eigener Tod. Der ist bescheuert. So, komm, hier. Gibt es noch rechts und... Was? Wie das? Die anderen haben sich gar nicht gewehrt oder was? Ach so. Nö. Ich geh mal schnell eine qualmen. Wie das? Wie das? Wie das? Wie das? Ich habe noch mal ein...